Hallo und herzlich willkommen zu BMZ Nummer 844 und den Themen heute Diskussionskultur und Bot-Stress. Hallo Balo, Thema Kommunikation im Internet. In einem vorangegangenen BMZ hat dein Fragesteller geschrieben, dass die heutige Diskussionskultur sehr schlecht sei und du hast ihm zugestimmt, Entschuldigung, gefühlt mit jeder Faser deines Körpers zugestimmt. Ich würde mal gerne wissen, wieso du das so siehst und was besser sein könnte. Wo könnte jeder bei sich selbst ansetzen, um das zu erreichen? Kontext, ich frage deshalb, weil ich die Kommunikation im Internet als extrem anstrengend und nervenaufreibe empfinde. Häufig fühlen die Menschen, was mich einschließlich sehr schnell angegriffen oder getriggert. Ja, das auf jeden Fall, ist aber nicht das Hauptproblem. Andere hingegen scheinen dies wissentlich auszunutzen. Zusätzlich nehme ich es immer wieder wahr, dass keine zwei Meinungen nebeneinander existieren können. Oft geht es auch gar nicht mehr um das eigentliche Diskussionsthema, sondern vielmehr darum, den anderen von der eigenen Meinung zu überzeugen. Was nicht schlimm ist, also da muss ich kurz einhaken. Es ist überhaupt nicht schlimm, wenn Leute versuchen, andere von ihrer Meinung zu überzeugen grundsätzlich. Wenn ich glaube, dass ich bei irgendeiner Sache im Recht bin, ja was ist das Thema Impfung oder so, dann natürlich versuche ich dann andere davon zu überzeugen. Ist dies nicht möglich, wird es entweder sehr schnell persönlich oder es wird versucht, die Meinung des anderen zu relativieren oder gar in den Dreck zu ziehen. Ja, okay, also so rum wird daraus ein Schuh, dass man sagt, wenn das nicht funktioniert, was sehr oft der Fall ist, dann wird zu Plan B gegriffen. Mach mal erstmal die Frage zu Ende und dann betrachten wir das Ganze mal so im Gesamtkonstrukt. Ja, gut. Ich befürchte nämlich, dass ich dieses Verhalten irgendwann ebenfalls im echten Leben und abseits des Internets zeigen könnte, wenn ich es bisher nicht bereits getan habe oder wenn ich es nicht bereits getan habe. Das möchte ich natürlich nicht, zumal ich die Kommunikation dort als weitaus nützlicher, nee, zumal ich die Kommunikation dort noch als weitaus gesitteter und konstruktiver empfinde. Wie nimmst du das wahr und wie gehst du damit um? Was können wir ändern? Ich bin auf deine Antwort gespannt. Besten Grüße und erneut alles erdenklich Gute für dich. Also es gibt halt so ein paar Dinge, vor denen sind wir nicht gefeit. Sachen als Angriffe zu werten, die möglicherweise nicht immer als Angriff gemeint sind. Da ist keiner von uns immun gegen, weil sich bestimmte Sachen halt im Internet sehr schlecht transportieren lassen. Was ich aber trotzdem finde, ist, dass man grundsätzlich bei Thematiken versuchen sollte, die so gut es geht mit Sinn und Verstand zu behandeln. Und ich merke das bei mir selber halt auch, wenn ich merke, ich habe es mit jemandem zu tun, der ein kompletter Vollidiot ist, also wirklich einfach nichts mit Verstand behandeln kann, dann gleitet so eine Diskussion halt sehr schnell ab, weil keine der gängigen Waffen mehr, Vernunft zum Beispiel, funktionieren. Eigentlich sollte man an der Stelle, und das mache ich mittlerweile meistens, die Diskussion beenden. Wenn ich weiß, jemand hat von der Art und Weise zu diskutieren her niemals etwas beizutragen, das für mich einen Wert beinhaltet, dann ist es das Beste zum Beispiel auf Twitter denjenigen, ich habe übrigens wieder einen kleinen Hund, der auf den Schoß wollte, gerade so, kleiner Hund. Bist du zufrieden? Wunderbar. Wenn ich halt weiß, dass der niemals dazu beitragen wird, also mir irgendetwas schreiben wird, was einen Wert haben wird, was ich daran merken kann, wie er sich überhaupt verhält und was er überhaupt zu welchem Thema äußert, wenn es nie und zu keinem Punkt sachlich ist, zum Beispiel, dann mute ich denjenigen lieber und habe meine Ruhe. Und das ist im Moment für mich die leichtere oder die leichteste Variante, also gerade auf Twitter zum Beispiel. Aber ähnliches gilt für die Moderation in dem YouTube-Channel. Es gibt halt so Kommentare, wo ich halt weiß, ich könnte jetzt vermutlich zwei oder drei Tage in irgendeinem Kommentar-War verbringen oder ich lasse es einfach und wenn jemand so sicher zeigt und so deutlich zeigt, dass mit ihm kein vernünftiges Gespräch zu führen ist, dann führen wir eben kein Gespräch, zumindest nicht auf meiner Plattform. Was ich allgemein als unglaublich großes Problem erachte, ist, dass Leute nicht bereit sind, überhaupt eine Diskussion auf Basis von Argumenten zu führen, in vielen Fällen. Gutes Beispiel ist, ihr wisst, dass ich kein Freund von rechten Ideologien bin. Ich würde auch den Teufel tun, Freund davon zu sein, weil ich vermutlich einer derjenigen wäre, die im Zweifelsfalle ausgewiesen werden würden aufgrund meiner Herkunft. Aber nichtsdestotrotz muss man sich mit diesen Ideologien und Sätzen, die von vermeintlich Rechten kommen, auseinandersetzen können. Und mit Dingen, die sie sagen, muss man sich auseinandersetzen können. Wenn es zumindest irgendwelche auch nur ansatzweise sachlichen Dinge sind. Wenn sie unsachlich sind, dann kann man zumindest zeigen, warum sie unsachlich sind. Dazu sind viele nicht bereit, grundsätzlich, um mal dieses Beispiel zu nennen. Dazu sind viele nicht bereit. Viele sind noch zu einem weiteren Schritt nicht bereit. Nämlich dann, wenn jemand etwas sagt, das so klingt wie ein Argument, das so ähnlich sich anhört, wie das, was von einem Rechten gebracht werden würde, dann sagen sie, diese Ansicht, die du hast, ist alt-right. Als hätten sie damit irgendwas bewiesen oder irgendwas ungültig gemacht. Die Mühe machen sie sich gar nicht. Sie sagen einfach nur, in Zweifelsfalle, wer mir nicht zustimmt, der ist alt-right oder rechter oder rechter Flügel. Flügel oder im USA kommt ja noch das Wort Incel immer gerne rein und sparen sich damit die Diskussion. Also der Angriff auf die Person ersetzt die Diskussion. Oder halt auch dieses Phänomen von Reduktio ad Hitlerum. Das ist auch so eine Sonderform von Guild by Association. Dass man halt sagt, das, was du sagst, haben in ähnlicher Form auch Nazis gemacht und damit machst du dich schuldig. Und dein Argument ist ungültig. Das ist totaler Blödsinn, so zu reagieren und so zu agieren. Du musst immer noch zeigen, warum dieses Argument ungültig ist. Zu sagen, dass es auch jemand benutzt hat, dem wir grundsätzlich zuschreiben, dass er welches Motiv auch immer gehabt hat, das hat keinen Wert. Macht man aber nicht mehr. Und das ist aus meiner Sicht einer der Gründe, warum diese problematische Ideologie in welchen Formen auch immer, in den leichter, in den rechtskonservativen Formen bis hin zum Extremismus, so viel Fahrt aufgenommen hat in den vergangenen Jahren. Weil man sich die Bequemheit erlaubt hat, zu sagen, wir müssen mit euch über kein Thema diskutieren. Egal wie problematisch das von irgendwem erachtet wird, ob wir recht haben oder nicht, ob da was dran ist oder nicht, wir diskutieren das erst gar nicht. Es kann immer, gib den Leuten keine Plattform und so weiter und so fort. Da musst du dich nicht wundern, dass niemand mehr ein Argument hat. Das Problem hast du aber, dass Leute, es gibt Leute, die denen zuhören. Und wenn es niemanden gibt, der mit vernünftigen Worten widerspricht, sondern immer nur Leute, die Angriffe auf die Person starten und sagen, das ist aber auch, das hat aber auch sowieso gesagt, dann muss man sich nicht wundern, dass die einen Zulauf haben wie nie zuvor. Wenn man denen nicht mit Vernunft begegnen kann, wirkt man halt selber wie der Unvernünftige. Und das finde ich fürchterlich. Das finde ich bei ganz, ganz vielen, ich sag mal, das müssen, sag mal im weitesten Sinne politischen Themen, finde ich das unglaublich fürchterlich, dass man sich bequemt hat, einfach jede Meinung, die einem nicht passt im Zweifelsfall, zu diffamieren als irgendwas, was Right Wing oder sonst was ist. Und ich merke das ständig. Das kommt ständig vor. Gamer, wenn du sagst, du bist Gamer und das Wort Gamergate zum Spruch kommt, was das mittlerweile für eine komische Legende geworden ist, was da angeblich passiert sein soll, ist halt auch so absurd. Aber es hilft halt, um im Zweifelsfalle die Leute anzugreifen. Ich habe das mittlerweile schon als Angriff gelesen. Also nicht nur, dass man angegriffen wird, du bist ein Kerl oder du bist keine Minderheit oder so, das auch, sondern du bist ja Gamer. Und? Jesus Christus, wenn das für euch ein Argument für oder gegen irgendwas ist, dann wundert euch nicht, dass euch keiner ernst nimmt. Man kann euch dann nicht ernst nehmen. Und das ist extrem schwierig. Was ich sehr schätze, es darf auch gerne mal ein bisschen, das ist unvermeidbar, manchmal, sag ich jetzt einfach mal so, einen etwas raueren Ton haben. Eine Diskussion. Die darf auch ein bisschen, ein Stück weit emotional geführt werden. Solange aber der Inhalt grundsätzlich mal sachlich ist und man versucht einem Argument oder der Meinung zunächst mal auf sachlicher Ebene zu begegnen. Und nicht halt mit den typischen Stilmitteln, die man, die man halt benutzt, um im Prinzip eine Diskussion zu beenden. Was hatten wir neulich? Das war, da war auch wieder so ein Thema. Ach ja, das war wieder so ein Artikel in der deutschen Welle von so einem, von so einem absurden Autoren oder irgendeiner Autorin, wo es auch wieder um das Thema Gaming, glaube ich, ging. Und wie fürchterlich irgendwie die Gamer und weiß der Teufel was sind. Wieder dieses typische Klischee- und Vorurteil-Ding, was sich leider Gottes in der gängigen Presse verkauft wie geschnitten Brot. Und ich habe das kritisiert und ich habe auch kritisiert, dass so unglaublich schlechte Qualität von Journalismus mit öffentlich-rechtlichen Geldern finanziert wird. Und dann schrieb einer den Kommentar unter anderem getroffene Hunde bellen. Das ist halt so, das ist so ein Diskussionsbeändern, das ist ein Totschlag-Argument. Es hat keinen Inhalt, es hat keine Existenzberechtigung, es ist komplett bescheuert eigentlich. Und es ist eigentlich nur ein Angriff auf die Person. Wenn du nichts sagst, dann heißt es, naja, du hast ja dem nichts entgegenzusetzen. Wenn du etwas sagst, heißt es, du hast dem was gegen ihn zu setzen, also bist du schuldig. Das ist so wie, erinnert mich an das Leben des Brian, er ist der Messias, er ist der Messias. Und das ist so eine Art und Weise, die ich ganz und gar fürchterlich finde. Aber das gilt nicht nur für Situationen, wo ich sage, ich stimme Meinung X oder Y zu und kritisiere das bei demjenigen, der mir nicht zustimmt. Das ist auch eine Sache, die mir regelmäßig auffällt bei Leuten, denen ich grundsätzlich zustimme. Wo ich halt auch immer dazu sagen möchte, ich gebe euch zwar in der Sache recht, ich bin in der Sache auf eurer Seite absolut. In vielen Fällen bin ich das ja, vor allen Dingen mit den eher linksgerichteten Menschen, denen bin ich in der Sache auf einer Seite. Aber deren Methoden sind halt unmöglich. Und nehmen wir mal ein anderes Beispiel. Ich bin überhaupt kein Freund von Uli Hoeneß. Also was ich von dem teilweise mitbekommen habe, wie er sich in manchen Stellen und manchen Fällen äußert und verhält, das finde ich unsäglich. Auf der anderen Seite muss ich sagen, auf menschlicher Ebene hat er auch immer mal wieder gezeigt, wenn ihm etwas an Personen liegt. Sie, Sebastian Deißler zum Beispiel, der erhebliche Probleme hatte, gesundheitlicher Natur mit Depressionen und so. Dann ist er doch, kann er auch fair sein und dann ist er so ein bisschen so Papa Bär, der seine Kinder beschützt oder seine Jungen beschützt. Egal, ich bin kein großer Freund von dem. Und dann gab es eine Diskussion zu irgendeinem Thema. Ich glaube, das war irgendwie die Mesut Özil-Diskussion, wo er einen blödsinnigen Kommentar gebracht hat. Und dann kritisierte das einer und sagte, ja, so einem Steuerhinterzieher muss man ja gar nicht, oder einem Verbrecher muss man ja gar nicht zuhören. Und das wurde dann von vielen gutiert, die ebenfalls Uli Hoeneß nicht mögen. Ich mag den auch nicht. Der Punkt ist nur, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Gar nichts. Du hast gar kein Argument gebracht. Was hat die Kompetenz, die Qualität des Fußballspiels von Mesut Özil zu beurteilen, damit zu tun, ob jemand ein Verbrecher ist oder nichts? Null. Das hat keinen Zusammenhang. Es wurde einfach anstatt eines Argumentes benutzt als Angriff auf die Person. Und da können wir alle mitmachen. Am einfachsten ist es mitzumachen, indem man darauf achtet, bei Leuten, denen man grundsätzlich zustimmt. Dass man halt sagt, das, was du da bringst, ist kein Argument, aber möglicherweise gibt es ja trotzdem ein Argument. Und bei dieser Özil-Diskussion gab es das eine oder andere Argument definitiv, dass das ein ziemlicher Blödsinn ist, was er da behauptet hat. Und natürlich hat er irgendwie auch ein bisschen, er hat halt übertrieben, das ist wieder ein Stilmittel, dass du sagen kannst, naja gut, das, was er gesagt hat, ist natürlich übertrieben. Nach dem Motto, der hat irgendwie seit zwei Jahren keinen Pass angebracht, aber in der Sache stimmt es trotzdem. Und dem stimme ich auch nicht zu. In der Sache stimmt das nicht. Aber egal. Auf diese spezielle Diskussion kommt es gar nicht an. Aber der wichtige Teil ist immer zu gucken, was ist denn die legitime Art und Weise eines Argumentes, wenn denn überhaupt eine existiert. Und das ist super, mega wichtig. Und ich bin extrem, extrem erschrocken, wenn ich sehe, dass die, dass die nicht, es ist nicht nur eine Diskussion, es ist auch die Berichterstattungskultur. Die mediale Berichterstattungskultur hat eine unterirdische Qualität. Selbst in den vermeintlichen Qualitätsmedien hat die eine unterirdische Qualität. Die ist halt unglaublich ideologiegeprägt und damit in vielen Fällen leider Gottes extrem unsachlich. Was nicht passt, das wird halt in unglaublich verfälschter Art und Weise dargestellt. Also man spricht dann von Strohmännern, wenn ich die Argumente der Gegenseite so falsch darstelle, dass sie eben nicht die richtige Person mehr sind, der gefährliche Gegner, sondern nur noch ein Strohmann, den man leicht besiegen kann. Das finde ich schlimm, weil es dazu führt, dass ich viele von diesen Medien nur noch mit sehr, sehr viel Vorsicht genießen kann und was ich genießen kann und mich dann oft aufrege über die Art und Weise der Berichterstattung. Dass zum Beispiel, okay wir müssen auch nicht ins Detail gehen, aber dass oft Informationen weggelassen werden, bewusst weggelassen werden, die in dem Kontext mega wichtig werden, allerdings nicht der Narrative ersprechen, die man erzählen möchte. Wenn wir zum Beispiel diese typischen Fälle haben, man möchte wieder über ein Skandalurteil berichten, was da und da gefallen ist, dann lässt man natürlich alles weg, was dazu führt, dass jemand, der diesen Artikel liest, sich denken könnte, naja so ein Skandal ist das nicht. Das ist schon vernünftig und nachvollziehbar, warum so geurteilt wurde. Und das halte ich für problematisch, weil es nicht die Aufgabe von Medien ist, dir ihre Meinung und dir ihre ideologiegeprägte Meinung aufzuzwingen, sondern möglichst neutrale Berichterstattung zu liefern. Und das passiert nicht. Das passiert definitiv hundertprozentig nicht bei öffentlich-rechtlichen Medien. Es passiert in manchen Fällen sogar in einem höheren Maße bei privaten Medien, weil sie nicht diese Abhängigkeit davon haben, nicht in einem Licht gesehen zu werden, in dem man sie irgendwie großartig hinterfragt. Sondern da geht es halt nur darum, die entsprechenden Zuschauer, Zuhörer und sonst was Zahlen zu bekommen. Aber auch da gibt es qualitativ natürlich Dinge, die dann im Extrem viel, viel schlimmer sind. Und ja, das ist ein endlos langes Thema. Es ist ein endlos langes Thema, das man vermutlich an konkreten Beispielen in Zukunft noch besser besprechen könnte. Wobei ich mich halt immer frage, möchte ich mich darauf einlassen, zum Beispiel eine Diskussion im Internet quasi zu analysieren. Es könnte vielleicht Spaß machen. Ich finde es interessanter, das mit Medienberichten und Artikel zu machen. Habe ich auch schon mehr als einmal gemacht. Ich habe damals den Gamescom-Artikel von RTL kritisiert. Ich habe aber neulich auch einen, beziehungsweise mehrere Artikel, wo es halt um das Thema Amokläufer und bla 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 ging. All detail kritisiert. Also sowas ist mir irgendwie insofern lieber, als mich in irgendeine Shitshow-Diskussion auf Twitter oder sonst wo auch noch in Videoform einzulassen danach. Es ist schon schlimm genug, dass ich mich oft genug darauf einlasse, dass ich auf Twitter... Carla macht das immer schlauer als ich. Die antwortet erst gar nicht, weil ich mir immer denke, naja gut, aber das, was jemand da geschrieben hat, ist ja so blödsinnig. Dem muss man eigentlich nur eine Information geben, dann wird er sich denken, ups, ja, was ich geschrieben habe, ist blödsinnig. Dem ist nicht so. So funktioniert die Welt nicht. Und ich lasse mich dann oft auf die Diskussionen ein. Und Carla sagt, komm, wenn jemand so totalen Unsinn schreibt, ich mute den einfach direkt, dann spare ich mir den Ärger. Aber es ist vermutlich der schlauere Weg. Zumindest mit Twitter, es geht ja leider nicht überall. Thema Kampf Bot gegen Mensch. Hallöchen Bardo, ich dachte dir, ich schreibe dir mal und gebe dir was für den BMZ. Vielleicht freust du dich ja darüber. Für mich ist das Thema eher ärgerlich. Aber hey, wenn jemand eine Idee dazu hat, dann wohl du mit deinem beruflichen Hintergrund. Ich spiele Classic und bin fleißig am Ranken. Inzwischen Rang 10 und wollte versuchen, auf Rang 13 PvP-Ranking zu kommen. Vielleicht 14. Jetzt ist es aber so, dass sich in Classic selbst im PvP immer mehr Bots rumtreiben, da vorhin relativ stumpfer Grind geworden ist und vielen die Puste ausgeht. Es ist nicht so geworden, es war schon immer so. PvP, also Classic PvP war schon immer ein stumpfer Grind. Ich spreche da aus Erfahrung, weil ich Classic PvPler war und Rang 13 gemacht habe. Und Rang 14 dann nur deshalb nicht mehr gemacht habe, weil ich zu dem Zeitpunkt keinen Job mehr hatte und ich mich auf Jobsuche begeben musste. Also das ist nichts Neues und das hat nichts mit Classic oder dem Remake zu tun. Das ist das Prinzip des PvP in Classic gewesen, was Leute sich ja zurückgewünscht haben. Wo, ihr erinnert euch vielleicht, ich gesagt habe, das ist die schlimmste Erfahrung, die ich in irgendeinem Spiel jemals gemacht habe. Ich möchte das nie wieder machen. Und ich bin verwundert, dass Leute das zurückhaben möchten. Anstatt, dass die Spieler es einsehen würden, wenn sie es von sich aus nicht packen, fangen die Reihenweise an zu botten. Ich versuche für mich, das meiste an Spaß rauszuziehen, meine Motivation oben zu halten, indem ich so viel wie möglich PvP außerhalb des Massenzerks mache. Aber du kannst dir denken, dass wenn man bis zu zwölf Stunden nur im Alterac ist, man geistig seinen Körper gerne verlassen möchte. Jetzt zu meiner Frage, glaubst du, es macht Sinn, wenn wir mit 50 plus Personen eine Beschwerde schreiben? Nein. Ich glaube, dass deine gesamte Annahme schon falsch ist, aber allgemein nein. Also quasi denselben Ticket-Text von 50 Accounts, wenn du denselben Text schreibst, macht es noch viel, viel weniger Sinn. Wenn man offensichtlich sieht, dass das eine koordinierte Aktion ist, die mehr oder weniger Spam ist. Oder hast du eine Idee, was wir als Community dagegen tun können? Hallo, liebes Blizzard-Team aufgrund verstärkter Bot-Aktivitäten. Wer bringt dich auf die Idee, dass es verstärkte Bot-Aktivitäten gibt? Wo nimmst du die Fakten her, dass die Bot-Aktivitäten verstärkt sind? Außer Gefühl. Nirgends, ne? Das ist einfach ein Gefühl, was du hast. Dass es vermehrt so ist. Ist so viele das Ranking sehr viel schwerer bis teilweise unmöglich geworden und möchten deshalb darum bitten, dass ihr den Bun-Hammer schwingt, bevor noch mehr Spieler abspringen. Machen sie ja übrigens regelmäßig, ne? Falls dies jemand für überzogen hält. Auf manchen Servern sind regelrechte Bot-Plagen ausgebrochen, da die oberen Plätze in den Brackets belagern. Glaube ich nicht. Ich glaube, das meiste, was ein Spiel in den oberen Rängen ist, sind wenn, dann gesharte Accounts. Weil die immer noch ein bisschen effektiver sind als Bots. Als Beispiel habe ich da noch einen Monat, habe ich noch etwa einen Monat Zeit, meinen Rang zu erreichen. Schaffe ich auch. Aber wenn nicht, wenn ich jede Woche ein Bracket tiefer lande als geplant, nur weil irgendwelche Affen-Bots mich fünf bis sechs Plätze im Ranking runterschieben und ich quasi von Bracket zwölf in elf abrutsche, klingt nicht so schlimm. Und viele würden sagen, okay, dann warte halt eine Woche länger auf deinen Rang. Naja, schön gesagt. Aber ich habe meinen Jahresurlaub auf das Ranking angepasst, um mein Ziel zu erreichen. Ja, so bescheuert war ich auch tatsächlich. Also nicht den gesamten Jahresurlaub, aber ich habe mir tatsächlich Urlaub genommen, der geplant war für den Sprung von Rang 13 auf 14. Da habe ich zwei Wochen Urlaub geplant. Glaube ich, das war damals, was wir geschätzt haben, was bei uns gebraucht wurde auf Ereda. Ja, wobei wir in der glücklichen Situation waren, dass zumindest bei uns nachts keine BGs mehr aufgingen, sodass wir schlafen konnten. Die Luxussituation hat ja auch nicht jeder. Das ist nicht zwingend auf jedem Server so, dass man sich noch Schlaf erlauben kann. Was einmal mehr zeigt, wie total bescheuert das System überhaupt ist. Aber nun gut. Das ist ja, jeder wählt sein Gift selbst. Klingt nicht so schlimm. Zu sehen, dass das jetzt durch Bots gefährdet ist. Ja, du tust so, als wäre es nur durch Bots gefährdet. Das ist durch das normale Spiel schon gefährdet. Ob es Bots gibt oder nicht. Das Grundkonzept des PvP ist so, dass es total bescheuert wird. Weil es immer darin ausartet, dass die Leute mehr und mehr aufrüsten. Wenn du weißt, dass es mit acht Stunden irgendwie den Rang gibt, ein anderer denkt sich, aber ich bin bereit, neun Stunden zu investieren. Der nächste denkt sich, ach, neun Stunden sind noch gar nichts. Ich bin bereit, zehn Stunden zu investieren. Mit Bots hat das zum nächsten Mal überhaupt nichts zu tun. Das ist das System, was so ist, was dazu führt. Macht mich echt rasend. Denn wenn ich es zeitlich nicht packe, dann droppe ich wieder im Rank. Und dann nochmal hoch zu pushen. Nächstes Jahr, wenn ich wieder Urlaub habe, sehe ich langsam nicht mehr ein. Du siehst das langsam nicht mehr ein? Okay. Also für mich ist das eine Sache, die ich sehr schnell einsehen kann. Aber gut, ich habe den Fehler auch mal gemacht. Von daher, vielleicht habe ich genauso lange gebraucht wie du, um das einzusehen. Nur glaube ich, dass es heute insofern extremer ist, da ich mal annehme, dass heute mehr Leute spielen auf dem Server, als das früher der Fall war. Zumindest auf den vollen Servern. Und dementsprechend das größte Problem sein dürfte, dass lang genug Leute da sind, damit BGs aufgehen. Meiner Meinung nach verleitet die Tatsache, dass Blizzard einfach nichts dagegen tut, noch viel mehr Spieler dazu, weil sie sich denken, dass man damit durchkommt und leider sogar offenbar recht haben. Beides stimmt nicht, ne? Beides ist eine Lüge deinerseits. Dass sie nichts dagegen tun, ist eine Lüge. Und, ähm, dass man damit durchkommt, gut, es ist dasselbe nochmal in grün, ähm, und, äh, dass man damit durchkommt, dass sie recht dabei haben, ebenfalls. Das ist Blödsinn, dass Blizzard nichts dagegen tut. Blizzard ist so aktiv gegen Bots gewesen, dass eine Firma, die den erfolgreichsten Bot gemacht hat für World of Warcraft, quasi dicht machen konnte. So aktiv sind die dagegen vorgegangen. Sogar gerichtlich dagegen vorgegangen, nicht nur mit ihrer eigenen Technik, um die Spieler zu sperren, die den Bot benutzen. Die sind sogar gegen die Firma vorgegangen, die den, den, den Bot bereitgestellt hat. Das ist völliger Blödsinn, ich wiederhole das nochmal, völliger Unsinn, dass Blizzard nichts gegen Bots tun würde. Ich weiß nicht, warum Leute sowas immer wieder behaupten, außer, weil sie keine Ahnung haben, wovon sie reden. Vielleicht hast du eine andere Idee, die wir noch gar nicht bedacht haben, oder so. Meine Gilde und ich wünschen dir von Herzen das Beste und sind gedanklich immer wieder mal bei dir. Glaubt ihr, ist gar nicht so richtig klar, was für einen Impact du auf die deutsche WoW-Community hättest und noch immer hast? Da geht kaum ein Tag, an dem ich keine Bado-Parodien höre. Teilweise bin ich schon fast genervt. Ja, ich auch. Ich bin auch genervt, wenn Leute mir meine eigenen Zitate sagen, im Glauben, dass ich das wohl witzig finden würde. Oder gar nicht wissen, dass es etwas ist, was ich gesagt habe. Der fehlende Inbuff, ja. We send you love. Dankeschön. Also, Leute, ihr müsst mit dieser Einstellung aufhören. Dass ihr glaubt, wenn ihr irgendwas nicht erreichen könnt, sind im Zweifelsfalle Bots schuld. Das mag sein, dass die einen Einfluss darauf haben und auch vorkommen. Üblicherweise ist es so. Ich erkläre das nochmal. Ich habe es schon mehr als einmal erklärt. Blizzard sperrt nicht jeden Spieler instant, der irgendwann mal gebottet hat. Das ist auch blödsinnig, das zu tun. Weil du damit dafür sorgst, ein Spieler wird gesperrt, der gebottet hat, der zweite, der dritte, der gebottet hat, wird gesperrt. Damit weiß der entsprechende Bot-Betreiber, Vorsicht, ist angesagt, irgendwas lässt sie erkennen, was da passiert. Wir müssen uns anpassen. Wir müssen quasi die Gegenmaßnahmen erzeugen. Was sie damit erreicht haben, ist, drei Spieler zu sperren. Der Rest wartet eine Weile, setzt eine Weile aus. Oder vier Spieler zu sperren. Und dann gibt es ein Update, was erstmal wieder nicht detected wird. Die Spieler schnell und früh zu sperren, ist das Unproduktivste, was du tun kannst in dem Kontext. Deswegen wartet Blizzard immer eine ganze Weile. Lässt die Leute botten und in dem Glauben, dass das gut funktioniert. Und dann, nach einem Monat, nach sechs Wochen, nach acht Wochen, gibt es eine Ben-Welle, wo auf einmal alle Leute gesperrt werden und ihnen die Dinge entzogen werden, zum Teil zumindest, die sie in der Zeit bekommen haben. Alles kannst du natürlich nicht entziehen, wenn Leute sich irgendwie, keine Ahnung was, ein Level gegrindet haben und damit Gold gesammelt und das weitergegeben haben. Dann kriegst du das denen ja nicht mehr wieder weggenommen. Aber den Charakter verlieren sie halt und die entsprechende Progression, die sie haben und so weiter und so fort. In den meisten Fällen haben sie festgestellt, dass es effizienter ist, den Leuten zunächst mal keine Permabands zu geben. Denn auch das ist wieder so eine Sache, wenn Leute über etwas reden, von dem sie keine Ahnung haben. Leute glauben, dass Permaband die bessere Lösung ist. Ist sie nicht. Ist sie quasi erwiesenermaßen nicht, weil man das getestet hat. Wenn den Leuten Permabands drohen, dann gehen sie in der Form vor, dass sie halt versuchen, die Zeit, die sie haben, so effektiv wie möglich zu nutzen, indem sie botten. Umgekehrt aber, wenn du ihnen ihren normalen Account lässt und sagst, du kriegst jetzt mal einen Klack auf die Finger, du darfst drei Monate nicht spielen oder sechs Wochen, acht Wochen nicht spielen, aber dann hast du ihn wieder, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie wieder botten, geringer. So. Also sie machen etwas dagegen. Und es gibt immer wieder Benwellen, ständig. Ich verstehe nicht, wie man glauben kann, dass das nicht der Fall ist. Außer wenn man Verschwörungstheoretiker ist. Und was ich von denen halte, das habe ich jetzt mehr als einmal gesagt. Dann ist halt die Frage, in wie vielen Fällen du überhaupt richtig erkennst, was ein Bot ist oder nicht. Und ich zweifle an, dass du das tust. Und auch alle anderen, die sich ständig darüber beschweren. Denn die größte Gefahr, die für dich existiert, ist nicht jemand, der bottet, sondern Account-Sharing. Die Bots, die stehen halt da und machen irgendwas, aber sie werden nie so effizient spielen können, wie tatsächliche menschliche Spieler, die die Accounts sharen. Und das ist relativ einfach zu handeln, relativ schwer nachzuweisen und potenziell zumindest extrem erfolgreich. Wir haben bei uns damals auf dem Server irgendwie einen Spieler gehabt, der in Alterac, weil Alterac eines der wenigen BGs war, die über längere Zeit auf waren, Jäger, der in Alterac die ganze Zeit unterwegs war und der mit mindestens zwei Leuten gespielt wurde. Der ist unserer Stammgruppe in den Weg gekommen, weil diese BGs, die wir gespielt haben, die 10er und 15er, also Alterac und Arati, die haben halt irgendwann dicht gemacht, aber währenddessen, wenn du dich solo gut angestellt hast, konntest du halt in Alterac noch ganz gut Ehre farmen. Der wichtige Teil war solo, damit du halt nicht an dieses Cap kamst, was du an Ehre, nicht so leicht zumindest, an ehrenhaften Kills bekommen konntest. Und dagegen lässt sich, ich will nicht sagen nichts, aber extrem wenig machen. Weil nachzuweisen, dass jemand wirklich nicht von Ort X oder Y gespielt hat oder so, ist nicht so ganz leicht. Wenn die in dem selben Ort sitzen oder sogar im selben Netzwerk sitzen, dann ist es fast ausgeschlossen, das nachweisen zu können. Und das ist ein großes Problem. Und dann kommen wir zu der Lösung des Ganzen. Die ist nicht, also eine Teillösung davon ist Bots zu sperren. Klar, warum nicht? Die wichtigere Lösung ist aber, und das mag jetzt verrückt klingen, ein Game Design zu entwickeln, das es nicht fördert, stumpfe Tätigkeiten, die ein Schimpanse auf Rollschuhen ausführen kann, für 24 Stunden am Tag zu tun. Das ist der beste Schutz gegen Bots. Ein Spielkonzept, das spielerische Qualität, nicht aber investierte Zeit belohnt. Und das ist ja das, was wir zu großen Teilen dann später bekommen haben mit dem Arena-System. Ob einem das dann gefällt, ist eine andere Sache. Und auch dort gab es ja zumindest Rotationsbots und Kickbots und so weiter und so fort. Aber so das im Prinzip ganz, 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 ganz simple Bots, die mit wenigen, keine Ahnung, also im Prinzip schon, wo es fast ausreicht, dass sie nicht AFK gehen, automatisch, dass die damit was erreichen können, dass es halt einem Gameplay-System geschuldet, das räudig ist. Und eine andere Möglichkeit wäre halt gewesen, dass du ein bestimmtes Cap für die Menge an Stunden, die gewertet werden, fürs PvP einführst. Dass du halt sagst, es werden keine Ahnung was, nur acht Stunden am Tag oder vier Stunden am Tag PvP gewertet. und dann wird die Zeit gewertet, in der du ihm die meiste Ehre bekommen hast, also auch wenn du länger spielst. Auch das würde halt dazu führen, dass einfach nur Bots 24-7 im BG zu halten, keinen Erfolg hat, also nicht den Erfolg, den es haben soll. Weil halt du mit deiner Stammgruppe innerhalb von vier Stunden, keine Ahnung was, ich sag jetzt einfach mal einen fiktiven Wert, du machst in vier Stunden 1000 Ehre und der Bot, der macht in vier Stunden halt vielleicht nur 500 Ehre oder auch der gesharte Account, spielt dafür aber die doppelte oder dreifache Zeit von dir. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Also der sicherste Schutz ist immer, ein Gameplay zu entwickeln, das es nicht fördert, dass die simpelsten Bots es komplett aushebeln können. Das ist leider nicht der Fall gewesen in Classic. Classic hat ein ganz, ganz räudiges PvP-System gehabt, was einfach nur bedeutet, wenn du anwesend bist, dann hast du Erfolg. Es ist natürlich auch reizvoll, weil du als Spieler eben weißt, ich muss kein Können haben, um PvP-Rank 14 zu machen. Ich muss nicht mal ansatzweise gut im PvP sein. Ich muss einfach nur die Zeit haben, dort möglichst viel zu spielen. Zu einem gewissen Grad natürlich auch. Weil wenn es mehrere miteinander konkurrierende Gruppen gäbe auf einem Server und eine davon sehr, sehr viel besser wäre als die andere, dann gäbe es natürlich Grund zu der Annahme, dass die Besseren sich irgendwo auch durchsetzen. In der Realität war das auf den meisten Servern nicht so. Da gab es immer pro Fraktion eine, maximal zwei Stammgruppen. Und die Spieler dort haben sich untereinander abgesprochen, wer wann den entsprechenden Rang erreicht. Und vor allen Dingen haben sie auf der Gegenseite oft dann keine Gegenwehr bekommen, wenn sie auf eine andere Stammgruppe getroffen sind, je nachdem, wie das Serververhältnis war. Auch das ist ein großes Problem. Dass das Serververhältnis der Spieler damals zumindest halt bedeutet hat, dass immer eine Gruppe Instant Invite hat und die andere nicht. Und die mit Instant Invites, die wollten nicht ihre Zeit verschwenden, gegen eine starke Gruppe zu spielen. Das heißt, die haben dann die Siege hergeschenkt, damit sie mehr PvP-Opfer farmen konnten. So viel dazu. Ich danke euch für eure eingesendeten Fragen. Der kleine Hund ist jetzt eine halbe Stunde auf meinem Schoß, ist eingeschlafen mittlerweile. Glaube ich ganz glücklich. Wenn ihr selber Fragen habt, dann schickt sie mir einfach nicht. Nicht schickt sie mir, dann schreibt sie oder stellt sie in Form eines Kommentars unter dem wir uns aktuellsten BMZ. Ich danke euch dafür. Macht es gut und tschüss, sagt euer Onkel Bano.